Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Es geht um Tempo 30 in dieser Straße, die total verdreckt ist und total laut und voller rücksichtsloser Fahrer. Und wenn man hier wohnt, ist es echt ätzend. Es ist einfach nicht schön. Wir wollen endlich die menschengerechte Stadt. In den 17ern gab es die autogerechte Stadt. Das muss endlich beendet werden, diese Epoche. Und ein Schritt ist Tempo 30. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wie viele? Du sammelst Unterschriften? Ja, für einen Einwohnerantrag für die BVV Tempelhof Schöneberg. Das ist ein demokratisches Werkzeug, das es hier im Bezirk gibt. Wenn man tausend Stimmen hat für ein Anliegen, dann wird es in der BVV diskutiert. Das ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. Es wird diskutiert im Rathaus. Für gute Sachen ist es. Für gute Sachen ist es. Die Klasse ist. Blut僅. Begrüßetành. Ja.